Hallo ihr Lieben, eure Sonja hier. Vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, Mensch, das Teil von der Sonja, wo bekommt man das denn? Einige Teile versteigere ich bei United Charity und 100% des Erlöses geht an für Schützerinstinkte, also für den guten Zweck. Ich hoffe, ihr seid dabei, habt Spaß dabei und bis dann.